Wir haben schon ganz oft drüber gesprochen. Preise bei Fertighäuser sind sehr unterschiedlich, sonst kommt immer darauf an, was drin steht. In vielen Videos haben wir schon erklärt, dass es unbedingt Sinn macht, die Baubeschreibung zu prüfen, die Angebote zu prüfen und zu gucken, was bekomme ich. Und genauso wichtig ist ja auch, was steht nicht drin. Hier wieder ein aktuelles Beispiel, was ich letztens auf einer Baustelle in Bayern erlebt habe. Da war es so, dass die Bauherren sich auch für den Anbieter entschieden haben, die einen relativ günstigen Preis hatten. Und da war es dann aber tatsächlich so, dass da noch nicht mal eine Bautreppe dabei war. Und es handelte sich also in dem Fall um ein Ausbauhaus. Und die Bauern sind nicht entsprechend vorbereitet worden von der Hausbaufirma und standen dann im Erdgeschoss und haben sich gefragt, wie komme ich jetzt hoch ins Dachgeschoss. Und wenn schon so die Probleme bei der Baustelle losgehen, ganz am Anfang, dann weiß man schon, was da hinterher noch alles auf einen zukommt oder passieren kann. Also wenn ein günstiger Preis ist, bedeutet das nicht immer, dass es dann auch, sagt man, das beste Mittel für Sie als Bauherrn ist, um in Ihr Haus reinzukommen, sondern hier muss man ganz genau prüfen, was bekomme ich und was ist nicht dabei. Also wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche jedem zu antworten.